So Freunde, ein kleines Vorschau-Video, was euch die nächsten zwei bis drei Wochen auf meinem Kanal erwarten wird. Zunächst einmal werden wir nächsten Samstag auf der IWA für euch sein. Wir werden da ein bisschen filmen, ein paar Interviews führen, ein paar neue Produkte vorstellen. Wenn wir es zeitlich schaffen, sollte das Video am Sonntag dann online sein. Ansonsten haben wir hier noch eine wunderschöne BFA SA-1911C, CO2-Gaspistole. Gefällt mir jetzt schon, richtig, richtig gut das Teil. Werden wir euch auf jeden Fall ein ordentliches Review darüber bringen, uns das Ding mal genau anschauen. Dann werden wir nochmal auf die MP5 eingehen von WE. Da haben wir jetzt ein bisschen was im Hop-up geändert, einen langen Lauf drin, einen neuen Schusstest gemacht, einen neuen Krono-Test gemacht. Liefern wir euch auch. So, dann nach fast zwei Monaten Arbeit ist endlich meine DMR fertig geworden oder fast fertig. Ich warte jetzt noch auf zwei kleine Teile und dann geht es los mit einem ordentlichen Review, Tech-Videos und so weiter und so fort. Komplett lackiert, steckt einen Haufen Arbeit drin. Gefällt mir aber jetzt schon, richtig, richtig gut das Teil. Und zu guter Letzt haben wir gestern ein bisschen Geld ausgegeben und haben uns fünf Kilo Metall gekauft. WE M14 EBR, Enchanged Battle Rifle. Sehr schönes Teil. Werden wir uns auf jeden Fall Zeit nehmen, um ein ordentliches Review euch zu bringen. Auch sehr viele Testschüsse durchjagen. Ja, schauen wir uns mal an. Das Teil soll ja relativ zickig sein, was ich bis jetzt mitgekriegt habe. Gucken wir mal, vielleicht braucht es bloß ein bisschen Liebe und Zuneigung. Ja, ansonsten, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Wir sind seit gestern bei 300 Abonnenten. Ist doch schon mal was, würde ich sagen. Herzlichen Dank an euch. Ja, ansonsten, wenn es Fragen gibt, schreibt mir doch eine Mail oder haut es in die Kommentare unten rein. Ich bedanke mich wieder recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Habt ihr dichischescs München? Okay. Ja, ansonsten, alsoton. Ja, das noquellechen. P 12 4 5